Herzlich Willkommen wieder zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung und manchmal sind wir auch so diesen öffentlichen Veranstaltungen da steht jemand vorne auf der Bühne und der hat so eine Karten in der Hand, der hat so eine Moderationskarten in der Hand, wie ich auch Moderationskarten habe und dann denkst du, mein Gott, hat der sein Handwerk nicht gelernt? Der kann es doch gar nicht, der kann auch die Leute überhaupt nicht abholen. Ich habe jemanden, der kann das sehr wohl. Herzlich Willkommen Julia Schmitz, die Moderatorin und Jongleurin, die Beste, die ich kenne. Na, das ist ja mal eine traumhafte Ansage. Herzlichen Dank, mein lieber Udo. Ja, liebe Julia. Ach, du bist ja so viel, du bist ja nicht nur Moderatorin. Du bist ja über zehn Jahre Pädagogin gewesen, also Gymnasiallehrerin kann man sagen. Du hast, ich glaube, Französisch unterrichtet und Sport, war das richtig? War das das Sport? Ja. Meine Güte. Du bist in über 66 Ländern rumgereist und hast dich erkundigt, wie das dort ist. Du bist Studiosprecherin. Wildes Moderatorin aus, das ist unglaublich. Erzähl mir doch mal ein bisschen mehr von dir. Wie bist du zur Moderation gekommen? Du hast tatsächlich recht gehabt. Also als Lehrerin bist du ja auch Moderatorin und zwar sechs Stunden am Tag mit täglich wechseln oder mit stündlich wechselndem Publikum. Allerdings will das Publikum nicht immer so gerne. Schüler an sich sind natürlich neugierig, das darf man ihnen nicht verwehren. Doch manchmal, du musst dich an einen Lehrplan halten, du musst verschiedene Dinge machen. Und da habe ich irgendwie nach zehn Jahren gedacht, ich kann das Schulsystem nicht verändern. Ich habe viel, viel Spaß mit den Schülern gehabt. Aber da war einfach immer dieser Drang nach mehr. Und ich habe einfach durch diese Leidenschaft, du hast es gerade schon angesprochen, dem Jonglieren, was ich tatsächlich mit zwölf Jahren mal gelernt habe. Das hat sich irgendwie so durch mein Leben gezogen, dass ich immer dadurch auf Bühnen kam, tatsächlich am Anfang ohne zu reden. Und so hat sich das dann entwickelt und ich habe da einfach so eine Lust und Leidenschaft, auf einer Bühne zu sein, zu sprechen, wirklich schöne Shows oder schöne Momente den Menschen zu kreieren. Und ich finde, das ist auch eben das schönste Ziel einer Moderatorin, den Menschen schöne Momente zu schaffen und schöne Events zu schaffen, dass du derjenige bist, der den roten Faden hält und der Gastgeber eben ist. Deswegen bin ich auch zu Gast bei dir. Angefangen hat es mit deiner Moderation, die heißt ja drei Jahre, eine Moderation für eine Hilfsorganisation übernommen, ADRA. Ich weiß nicht, das habe ich noch nie gehört. Was macht ADRA? Tatsächlich kennen das nicht viele hier in Deutschland, obwohl es eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland ist. Wenn es irgendwo in der Welt kracht, werden die gefragt, eben einfach Flüchtlingslager aufzubauen, ähnlich wie Rotes Kreuz oder Caritas. Sind einfach, warum auch immer, in Deutschland gar nicht so bekannt, international schon. Vielleicht habt ihr es schon mal gesehen im Fernsehen, mit so grünen Männchen, die sich halten und dann steht Dicke ADRA drüber, das ist ADRA. Und die hatten eben einen Spenderfernsehen oder einfach eher Unterstützerfernsehen. Und das war die schönste Zeit, die ich, glaube ich, je hatte vor der Kamera, weil man Menschen eine Stimme gegeben hat oder wir zusammen, die wirklich grandiose Arbeit leisten in den Kriegsgebieten oder in unterschiedlichen schwierigen Ländern, nennen wir es jetzt mal so, wo die einfach die Menschen Hilfe brauchen. Und dann hatte ich die immer im Interview und das war einfach ganz, ganz toll, diese Arbeit. Ja, und ich glaube, gerade so eine Organisation, die braucht eine Präsenz, die müssen präsentiert werden durch andere, denn sie selber, man bittet ja um Spenden. Und da ist ja nicht jeder so gerne bereit, etwas zu tun. Und da braucht es einen gewissen Rahmen. Und diesen Rahmen setzt du natürlich als Moderatorin, indem du das Ganze interessant gestaltest. Das finde ich schon fantastisch. Und du setzt ja auch John Laje ein, wenn du auf der Bühne bist. Und das ist ja unglaublich für mich. Also ich selber habe das noch nicht hingekriegt, mit ein, zwei oder drei Bällen zu jonglieren. Du schaffst es sogar, und da war ich schwer beeindruckt, mit fünf Bällen. Du schaffst es fünf Bälle in der Luft. Wie kommt man dazu? Wie kann man das schaffen überhaupt? Du, mit ganz, ganz viel Leidenschaft. Ich habe damals eben, als ich zwölf Jahre alt war, das kennengelernt tatsächlich von meiner Oma, die gar nichts mit Zirkus zu tun hat. Und die hat das von Soldaten im Krieg tatsächlich gelernt als Abwechslung. Ich glaube, auch da würde ich heute sagen, es war irgendwie ein toller Mensch, der es ihr beigebracht hat, um einfach schöne Momente in schwierigen Zeiten zu kreieren. Und irgendwie hat sie das als Schatz, glaube ich, lange in sich getragen. Also ich bin auch der Meinung, mein Vater wusste das nicht, dass sie das kann. Sie hat es ihm nie gezeigt. Aber als ich irgendwann, ja eben da im Garten lagen ein paar Bälle rum und dann hat sie das in die Hand genommen. Sie konnte es nur mit zwei, aber das hat mich so fasziniert, dass meine, sage ich mal, gewöhnliche Oma, die jetzt nicht aus diesem Metier kommt, das konnte. Und ich weiß nicht, was da für ein Funke angezündet wurde, der bis heute hält. Also heute ist es auch irgendwie, ich sage manchmal, mein Narrativ, was über allem steht, weil ich einfach mit vielen Dingen gerne jongliere, es aber auch wirklich kann. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mich auch da, hast du ja gerade auch erzählt, mit Spenden habe ich auch viel zu tun. Ich war über, ja, also ein Jahr lang komplett unterwegs als ein sogenannter Social Circus Trainer in Ländern, wo Kinder einfach in Kriegsgebieten aufwachsen und habe mit denen jongliert, um ihnen wieder eine andere Perspektive zu geben, weil Cirque du Soleil ein Programm hat, was Cirque du Monde heißt, wo Zirkustrainer ausgebildet werden, die eben Persönlichkeitsentwicklung über Zirkus machen, um das mal so den Rahmen zu spannen. Genau, das finde ich ja fantastisch, wenn du auf der Bühne bist. Die Augen sind ja sofort auf dich gerichtet und auf die Bälle, weil du machst ja Erklärungen mit den Bällen. Und du kannst Dinge ganz anders darstellen. Ich finde es wirklich fantastisch, weil uns Männern sagt man ja nach, dass wir nicht so ganz multitaskingfähig sind, also Bälle in der Luft zu halten und dann auch zu reden und das sinnvoll und unterhaltsam zu tun, das ist schon eine hohe Kunst, muss ich sagen. Ich habe deinen Kurs bei Udemy, das ist ja eine Plattform, an der man viele Kurse buchen kann, entdeckt und ich bin da ganz begeistert davon. Jetzt muss ich es nur noch umsetzen und das ist ja das, was uns häufig fehlt. Wir holen uns ganz viele Kurse, aber wir setzen es nicht um. Das dauert auch nur ganze 30 Minuten eigentlich, damit du diese Grundform hinkriegst, dass du dann noch Tricks danach schaffst. Das dauert einfach ein bisschen, aber diese Grundform hinzukriegen, was sich die Kaskade nennt, was einfach das Grundmuster mit drei Bällen ist, das schafft man relativ schnell. Und dann ist hoffentlich bei den meisten das auch angezündet und dann kannst du weitergehen. Und ich glaube, wenn wir uns das nächste Mal sehen bei einer GSA-Konferenz oder so, dann machen wir uns mal eine kleine Insel in irgendeinem anderen Raum. Und dann lernst du das ganz schnell. Und vielleicht gibt es auch noch ein paar andere, die Lust haben, mitzumachen. Also ich nehme dich beim Wort, ganz klar. Das machen wir. Zu deinen Reisen, die du gemacht hast, also über 60 Länder in der Welt. Haben diese Reisen deine Sicht auf die Dinge, haben deine Sicht auf das Leben verändert und in welcher Form? Tatsächlich hat es erst mal mein Leben verändert. In dieser Zeit, als ich es gemacht habe, war ich sehr auf der Suche, was werde ich, wenn ich kein Lehrer mehr bin und wollte das tatsächlich machen, ist nicht immer so einfach, da dann wirklich Projekte zu schaffen und auch dann natürlich selber seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich will das machen mit dem Unternehmen, was ich irgendwann mal gründe. Damals wusste ich das ja noch nicht genau, was das sein wird. Jetzt habe ich eins und jetzt können wir es auch machen. Das ist einfach für mich das Ziel, immer einen Teil unseres Umsatzes in solche Projekte zu geben. Und das kann jeder mit einem ganz kleinen Anteil. Und ich habe tatsächlich schon 2005 das erste Mal so ein Projekt besucht. Das ist die Sipsap Circus School in Kapstadt. Da habe ich während meiner Examensarbeit, die ich auch über dieses Thema geschrieben habe, wie verbindet man Sport und Persönlichkeitsentwicklung und wie wirkt Persönlichkeitsentwicklung über Zirkuskünste? Oder wie wird die, sage ich mal, angestoßen? Das war damals in den, das war um 2000, habe ich geschrieben, 2005. Da hatte das hier in Deutschland keinen Stellenwert, also Jonglage als pädagogisches Mittel zu nutzen oder alle Zirkuskünste. Und da habe ich dann ganz viele Menschen in der Welt interviewt und bin auch dahin gefahren. Das hat mir einfach super Spaß gemacht, das zu sehen. Und gerade in der Schweiz und in Frankreich ist das viel mehr als hier in Deutschland so möglich. Da gehen Kinder tatsächlich wie hier in Handball- und Tennisvereinen, machen die Zirkus. Und da gibt es ganz viele tolle Beispiele, was aus Kindern, die zum Beispiel in der Klasse schlecht angesehen waren oder einfach so ein Klassenclown waren, die schwer zu handeln waren, die plötzlich auf der Bühne oder in einer bestimmten Disziplin sich ganz toll entwickelt haben. Und das hat mich total gereizt. Gibt es Länder oder Menschen in diesen Ländern, die dich besonders beeindruckt haben, wo du sagst, boah, das war ein tolles Erlebnis? Ja, also es gibt einige, ja, viele Geschichten. Also da könnte ich dir jetzt viele Einzelschicksale auch erzählen. Natürlich das Beste ist eigentlich, dass in Kapstadt, als ich das erste Mal da war, habe ich einen Jungen kennengelernt, der unglaublich gut jonglieren konnte, der aber eben keine Familie mehr hatte, Bob, ja, was auch mein Patenkind lange war. Jetzt ist er erwachsen, jetzt ist er, ich glaube, 29, jetzt kann er selber los. Aber den habe ich tatsächlich auch unter meine Fittiche damals genommen, weil der ist mit einem gebrochenen Arm irgendwann nicht mehr wiedergekommen zu dieser Zirkusschule. Und dann haben sie ihn gesucht und weil er so gut war und haben gesagt, wir gucken, wo ist er, wo im Township ist er. Und der war, also muss man eigentlich sagen, fast tot, weil der sich nicht behandeln lassen hat. Und dann hat Sipsab ihm diese Behandlung finanziert und er ist dort mittlerweile der beste Jungenleur geworden. Der zieht jetzt mit denen um die Welt. Also der hat darüber durch diese Leidenschaft und ist auch Trainer dort jetzt, wirklich die Möglichkeit bekommen, ein komplett neues Leben anzufangen und sich auch selbst ein Haus zu bauen, weil er jetzt natürlich dadurch Geld verdient. Also und er ist ganz toll mit Kindern. Also das ist, finde ich, eine Erfolgsgeschichte gigantisch. Das ist natürlich fantastisch. Kommen wir nochmal zurück auf das Thema Moderation oder fahren wir da weiter? Das wird ja viele unserer Zuhörer, Zuschauer interessieren. Oh, Moderation, das finde ich cool. Ich erlebe ja ganz viele Möchtegern-Moderatoren, Moderatorinnen in den Zoom-Medias. Und dann denke ich, mein Gott, hast du deinen Job nicht gelernt? Das ist die erste Frage. Ja, hallo, du bist der Udo Gast. Sag mal, wer du bist und was du machst. Und dann denke ich immer wieder, hast du deinen Job nicht gemacht? Dein Job ist es doch eigentlich, dich vorzubereiten und zu sagen, wer ist das, mit dem ich das spreche? Wie siehst du das mit diesen Möchtegern-Moderatoren? Da kann man was ändern, oder? Ja, deswegen gibt es uns ja auch. Also du hast es, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Nein, aber dazu wollen wir jetzt mal. Du hast eine Moderatoren-Schule, hallo. Ja, genau. Also ich habe tatsächlich die renommierte Moderatoren-Schule in Frankfurt hier übernommen. Das war eine Dame, die Frau Dr. Elisabeth Böhm, die hat die vor 35 Jahren gegründet, war Sprecherin beim Hessischen Rundfunk und hat eben auch genau aus dem Grund, den du gerade erwähnt hast, gesagt, es gibt so viele, ich möchte gerne Moderatoren, das klingt ein bisschen krass, aber ja, es gibt einfach viele Moderatoren, die natürlich ein gewisses Talent haben, die auf Leute zugehen, aber manchmal steht es ja tatsächlich an der Präsenz und an der Professionalität, wie spreche ich, wie nütze ich meine Stimme, wie rede ich auch wirklich so, dass das ankert bei den Leuten, dass es nicht einfach irgendwie, du hast es eben schon schön vorgemacht, Hallo, Udo Gast, wer bist denn du? Also wenn du mich zwei Stunden mit der Stimme begleitest, dann würde ich sagen, oh mein Gott, da gehe ich gleich raus. Und genau so habe ich es erlebt, genau so. Ich sehe es einfach auch leider viel zu oft. Es ist ja auch okay, in der Event-Moderation kann man einsteigen, wenn man Leute kennt, wenn man, frag mich nicht über Vereine oder so, seine ersten Erfahrungen schafft, dann sagt immer da einer, könntest du nicht mal, dann geht es zum Stadtfest, dann geht es irgendwie hoch bis zur Messe, das gibt es, solche Wege. Ja, und wenn die dann auch noch irgendwie ein gutes Marketing hinkriegen, sage ich herzlichen Glückwunsch, irgendwie habt ihr was richtig gemacht, nur die Frage ist halt, ob die nochmal gebucht werden, wenn die auf einem Event waren, wenn die so eine Stimme haben oder viele Amps oder wir nennen das gelandten Sätze, ziehende Satzenden, immer nie zum Punkt kommen und so. Dann ist halt die Frage. Habe ich gestern in einem Telefonat gehabt, also endlose Bandlossätze. Nun bin ich ja jemand, der dann auch nah selbstbewusst ist und dann habe ich die Person angesprochen und gesagt, hallo sowieso, das geht besser. Wie meinst du das? Naja, ich habe schon meine Probleme zu. Ja, ich liebe diese Bandlossätze, ja, aber dein Mikro möglicherweise nicht. Wenn du dich auf eine Moderation vorbereitest, auf eine Event-Moderation, wie machst du das? Was ist da wichtig für dich? Das allererste ist mal kurze, knackige Sätze und keine Bandwurmsätze und keine Schachtelsätze, ja. Weil ich nutze immer gerne auch bei uns im Training das Bild von einem Buch. Also ihr könnt nicht zurückblättern. Also vielmehr eure Zuschauer können nicht zurückblättern wie in einem Buch. Ja, habe ich gerade nicht verstanden, gehen wir mal zurück. Geht nicht, ja. Ja, also muss ich das so gut sprechen, dass das eine das andere ergibt und dass es kurz und knackig ist, dass es gewisse Rhythmen gibt in deinen Sätzen, damit die Leute gerne zuhören und sich sagen, ach so, ja. Ja, also zum Beispiel ist man auch mal, immer kann man das nicht machen, aber dass man, wenn ich jetzt über, ich sage jetzt mal, Reisen spreche und dann geht es aber auch danach um den Weg, so dass ich die Reise nach dem Reisen benutze, so dass diese Wortfelder ständig ineinandergreifen wie eine schöne Kette. Das muss man ein bisschen üben, aber das werdet ihr sehen bei sehr guten Moderatoren, dass das funktioniert, dass Wörter, also ich kenne es aus dem Journalismus als Thema-Rema-Prinzip, dass ich wirklich ein Thema aus dem Satz davor zum neuen Thema mache und dann da weiterrede, entweder mit einem Verb, was da ähnlich ist, oder mit einem Synonym und das funktioniert oft richtig gut. Kann ich nicht bei jedem Satz machen, sonst würde das heißen, der Udo Gast ist der Gastgeber, der viele Gäste einlädt und das funktioniert nicht. Da wird man kirre, ja. Aber manchmal sind es tolle Überleitungen und die können auch immer gut helfen, wenn man plötzlich mal den Faden verloren hat, zum Beispiel. Dann mache ich eine Pause, denke kurz nach, was habe ich kurz vorher gesagt und dann schließe ich an einem Wort oder einem Gedanken, den ich vorher hatte, wieder an. Nun gibt es ja ganz unterschiedliche Moderationen und viele Herausforderungen. Also eine, wo du zum Beispiel einen Redner, eine Rednerin auf der Bühne ankündigst, da hast du wahrscheinlich Informationen von denen. Dann gibt es eine Gala, eine Event-Moderation. Dann gibt es aber auch, und das finde ich immer die größte Herausforderung, so ein Talkshow beispielsweise, wo du fünf, sechs Gäste hast und musst dich darauf vorbereiten. Was ist für dich so das Schwierigste oder sagst du, die größte Herausforderung, die du siehst in der Moderation? Na, die größte Herausforderung ist eigentlich dein größtes Gut auch. Das ist, wenn du dich richtig gut vorbereiten kannst, läuft dann im Endeffekt die Moderation sehr professionell. Es gibt ja immer mal Menschen, die engagieren dich und die sagen, ja, die kann das halt, die redet so gut. Und dann ist auch oft immer, wenn man über Preisverhandlungen spricht, fragen die oft dann immer, warum ist eine Moderation so teuer? Die kann doch reden. Aber die kann nur reden, die Frau oder der Mann, wenn sie richtig gut vorbereitet ist und wenn richtig gut anrecherchiert ist. Und dann ist natürlich bei einer Talkshow wirklich die Herausforderung, sich sehr, sehr gut über jeden Einzelnen und um sein Umfeld und um seine Themen zu informieren, damit ich auch die entscheidenden Fragen stellen kann. Und zuhören ist das Entscheidende bei Interviews und nicht das Reden und das Fragenstellen. Also natürlich das Fragenstellen aufgrund dessen, wo ich gut zugehört habe. Also das wäre ein schlechter Moderator, wenn er einfach seine Fragen runterrasselt, weil er ein Konzept hat. Aber wenn der Gast halt anders erzählt, dann muss ich mitgehen. Naja, und da hast du völlig recht. Und da sehe ich, ich erinnere mich an eine Moderation mit Markus Lanz. Es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man den Talkgast so wahrnimmt, wie er ist und mit welchen Qualitäten er auf diese Bühne kommt. Ich erinnere mich an eine Situation, an der mit dem Krankenpfleger Ricardo Lange seinerzeit, in Corona-Zeiten ist der ja aufgestanden, hat gesagt, Mensch, wir müssen mehr tun für die Pflege. Den hat er interviewt, mit dem ist er sehr, sehr schonend umgegangen, hat ihn ausreden lassen. Alles war top, alles war toll. Und dann kommt danach Friedrich Merz. Und dann hast du das Gefühl, das ist ein anderer Moderator. Der fährt ihm in die Parade, der lässt ihn kaum einen Satz aussprechen, der fragt nach. Aber Friedrich Merz muss das abkönnen. Das erlebst du wahrscheinlich auch, dass man ganz unterschiedlich, je nachdem, welche Gäste man hat, auch unterschiedlich mit diesen Menschen umgeht, oder? Ja, und deswegen ist es auch tatsächlich wichtig, wenn man zum Beispiel ein Event vorbereitet, wo mehrere Talkgäste da sind oder so, dass man mit denen vorher telefoniert. Weil ich muss wissen, was ist das für ein Mensch, der da vor mir sitzt? Und es kann tatsächlich auch passieren, es mir damals bei Adra auch zweimal passiert, die sind am Telefon wahnsinnig redselig und dann sind die aber nicht oft im Fernsehen. Dann gibt es da mit der Kamera und den vielen Lichtern. Und dann antworten die nur noch mit Ja oder Nein. Bisschen schwierig, wenn man 30 Minuten füllen muss. Also das habe ich auch schon erlebt. Oder jemanden, den ich am Telefon erlebe, der wirklich von Herzen spricht. Ich hatte damals einen Gast, der hat mir Geschichten aus jedem Land erzählt. Und der war 17 Jahre wirklich in Kriegsgebieten. Und ich merkte schon, oh je, also wenn ich ihn bei mir habe, ich muss ihn stoppen irgendwann. Weil wir wollten einfach bestimmte drei Geschichten hören. Und natürlich auch, wie ist es jetzt, der ist in den Ruhestand damals gegangen. Was macht der jetzt, wenn er nicht mehr in den Gebieten ist? Und es war dann auch wirklich so, ich habe versucht, ihn charmant in die nächste Richtung zu leiten. Und er hat knallhart gesagt, ich war aber noch nicht fertig mit der Geschichte. Und dann fragt man sich so. Und dann darf man wieder ganz charmant sagen, ja genau der Punkt, der hat mich ja sehr interessiert. Und ich weiß aber auch noch von einer anderen Geschichte. Und da will man dann einfach auch Dinge hören. Ja, damit unsere Zuhörer etwas davon mitnehmen, mal ganz konkret. Also es gibt ja die Herausforderung, du hast es gerade gesagt, der Vielredner. Wie stoppe ich den denn? Was kann ich tun als Moderator? Ganz charmant immer reingehen, wenn jemand atmet. Also irgendwann muss jemand atmen. Und das ist aber tatsächlich bei Menschen, die schnell reden, die haben auch sich schon eine Taktik entwickelt, wo du schwierig da reingehen kannst. Also da heißt es wirklich, gut, gut, gut zuhören und dir auch schon eigentlich was zurechtlegen, wo du glaubst, mit dem Satz kann ich da jetzt reingehen. Und wenn du das leider verpasst, dann darfst du wieder ganz schnell innerlich umdenken. Das ist eine Riesenherausforderung. Ich finde, das ist schwerer, als jemanden zum Reden zu bringen, obwohl es da auch interessante Kaliber gibt. Gut, dann fragen wir doch mal, wie ist es denn, da gibt es ja den einen oder anderen. Und dann darf man möglichst keine geschlossenen Fragen stellen, der jo, nö sagt. Und wie bringst du die Menschen zum Reden? Du hast dir die Antwort ja gerade selber schon gegeben, mit dem Gegenteil. Viele Fragen stellen die mit W anfangen, damit du beschreiben musst. Oder Gefühle beschreiben darfst. Oder Geschichten, Momente in diesem Job. Oder je nachdem, worum es jetzt gerade geht, das dann natürlich versuchen, den zum Reden zu bringen. Und das sei charmant. Und sehr interessiert auch. Und da heißt es wieder, zuhören. Was sagt der gegenüber dir? An welchen Keywords kann ich reingehen und ankern und neue Gesprächsfäden aufmachen? Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Menschen bekommt man mit Geschichten. Also wenn die Geschichten erzählen können oder sagst, oh Mensch, wie haben Sie denn das davon? Erzählen Sie mal, wie ging denn das vonstatten? Und dann tauen Sie allmählich auf und berichten dann Ihre Geschichte. Und wenn Sie Ihre Geschichte erzählen, dann bist du schon mal ein bisschen froh als Moderatorin und sagst, okay, jetzt kann ich die nächste Frage mir genau überlegen. Das ist ja gar nicht so einfach. Und das Wichtigste ist tatsächlich, wenn ich dir das noch kurz hinten dran fügen darf, wirklich auch als Moderatorin oder Moderator eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich dein Interviewpartner wirklich wohlfühlt. Sobald er sich wohlfühlt, vergisst er die Kamera. Und dann kannst du mit ihm einfach ein Gespräch führen, als würden wir, ich sage jetzt mal, beim Kaffee sitzen oder irgendwie ein nettes Gespräch führen. Und dann sind die auch nicht mehr so aufgeregt. Und das ist, finde ich, die Kunst. Auch gerade jungen Moderatoren oder Menschen, die am Anfang dieser Moderatorenkarriere stehen, das beizubringen, ihre eigene Art. Wir wollen ja authentische Moderatoren ausbilden und nicht irgendwelche, die ein Konzept runterrasseln oder so. Und das ist das Entscheidende. Und dann wirst du irgendwann ein guter Moderator, wenn du deine Persönlichkeit da wirklich zum Großteil mit reinspielen kannst und die Leute ein gutes Gefühl gibst. Kannst du dich denn an eine Situation oder mehrere Situationen erinnern, wo du gesagt hast, meine Güte, hoffentlich ist das bald zu Ende. Wo war es besonders herausfordernd, besonders lustig oder peinlich? Gibt es da etwas, wo du sagst, das kann ich preisgeben? Also dieses Interview mit dem, wo ich gesagt habe, der sehr viel geredet hat, das war schon an diversen Sachen skurril und gleichzeitig wahnsinnig schön, weil der so ehrlich und so persönlich war. Aber der hatte zum Beispiel auch sehr viele Dinge im Studio dabei, um von den Geschichten zu erzählen. Und dann hat er eine Geschichte erzählt über, wo war das denn? In Somalia, glaube ich, in einem Land, wo es sehr heiß war. Und dann hat er diesen Trug dabei, der ausgekleidet ist mit Kohle und da ist immer Kamelmilch drin. Und die wird durch diese Kohle irgendwie konserviert. Ich frage mich nicht genau, was da passiert. Jedenfalls bleibt sie kalt. Und das ist halt das Ding für die Hirten in diesem Land, dass die einfach gut Milch haben und diese Milch gut konservieren können. Und er hatte mich nicht vorgewarnt, dass er mir das Ding in die Hand drückt und sagt, riechen Sie mal. Und das hat so streng gerochen. Also ich dachte, ich falle um. Ich habe da mit null gerechnet. Und das war echt ein bisschen speziell, mich dann wieder zu fangen und dann meinen Gesprächsfaden wieder zu fangen. Plus die Uhr, die da ja auch tickt, weil du hast einfach nur 28.30. Weil dann kommt noch der Trailer der Sendung und so. Und dann, das ist live. Also da kannst du nicht sagen, äh, stopp, wir machen das jetzt nochmal. Also das war schon, fand ich, sehr speziell. Und das Gleiche, also ich finde auch immer bei großen Bühnen, wenn du viele Leute vor dir hast und du hast dir einen Opener überlegt, der dann vielleicht nicht so funktioniert, wie du dir das vorgestellt hast. Das, finde ich, sind immer Herausforderungen. Also meistens klappt es, aber ich hatte es auch schon mal da, war es jetzt dann nicht so, zum Beispiel der Lacher. Oder ich bin ja nicht so einer, der Humor am Anfang nimmt. Ja, aber ich versuche immer, gute Atmosphäre zu schaffen mit den Menschen. Und wenn die dann nicht reagieren oder nicht an der Stelle klatschen, wo du dachtest, das, finde ich, ist dann immer spannend. Wie geht man dann damit um? Hast du es auch schon mal erlebt, dass dir einer total widersprochen hat? Du hast ihn angekündigt beispielsweise. Nein, 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 also so stimmt das nicht. Ist das schon mal passiert? Oder dass dich jemand aggressiv angegangen ist in einem Gespräch? Ich finde, wenn du gut vorbereitet bist, sollte dir das eigentlich nicht passieren. Also, weil wenn du jetzt nicht einen falschen Namen sagst oder sowas. Also, ich finde, das ist zum Beispiel ein No-Go für Moderatoren, wenn du den Gast mit einem falschen Namen ankündigst oder das Unternehmen einen falschen Namen sagst oder solche Dinge. Das, finde ich, geht nicht. Also, das darf man, finde ich, sich aufschreiben. Dazu gibt es Moderatorenkarten oder Moderationskarten. Aber dann muss es schon richtig rauskommen. Oder wenn man es dann merkt, dass man sich entschuldigt. Das, finde ich, ist auch noch okay. Aber es sollte halt auch nicht mehrmals passieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich persönlich vorbereitet. Es gibt natürlich viele große Moderationen. Da wird es so sein, dass man ein Team hat, das dir zuarbeitet. Aber ich denke, letztendlich bist du für die Qualitätskontrolle verantwortlich und musst gucken, ob das, was da steht, auch wirklich stimmt. Das habe ich also auch schon überlegt. Ich meine, gerade heutzutage, wo so viel in den Social Media geschrieben wird, wir erinnern uns, gerade jüngst wurde, preisgegeben von den Russen, dass Prinz Schal gestorben ist. Und man muss das nachrecherchieren. Gucken, ob stimmt das wirklich, was da gesagt wurde. Und ich glaube, dafür muss man sehr sensibel sein, für diese Informationen, die man da bekommt, oder? Und deswegen ist es tatsächlich auch so, wenn du im Fernsehen Moderator werden möchtest, musst du Journalist sein. Also, du wirst nie ein Casting gewinnen, beziehungsweise überhaupt als Moderator in ein Casting eingeladen werden. Du musst auch Redakteur sein, genau aus diesem Grund, dass du nicht irgendwas googelst und nimmst es für bare Münze, sondern dass du einfach Recherchetechniken hast, dass du weißt, wo gleichst du denn ab, bei welchen Distributoren für Nachrichten vor allem. Ja, also das geht einfach nicht. Also da gibt es manche tatsächlich junge Menschen, die sich bei uns bewerben, die einfach glauben, weil sie so, also wie sagt man auf Deutsch, so outgoing sind, so offen, ja, und auch wirklich gut reden. Das kann man denen nicht verwehren. Aber wenn es nicht gescheit recherchiert ist oder diese kurzen Anmoderationen dann so gut getextet sind, und dass da auch alles stimmt, dann wird es schwierig. Dann erzähl mir doch ein bisschen, wie ist die Praxis? Also, da kommt jemand zur Moderatoren-Schule. Wer kommt zur Moderatoren-Schule? Wie läuft da so eine Ausbildung bei euch? Was lernt man da alles? Ausbildung haben wir vier. Ja, genau, also wirklich, wir haben Sprecher, also wirklich, die können dann Hörbuch-Sprecher, Werbesprecher, Doku-Sprecher, Voice-Over werden. Das heißt, die kommen nicht vor die Kamera und das machen auch viele bewusst, weil sie einfach eine sehr gute Stimme haben und damit Geld verdienen wollen und nicht, wie du und ich, die sowieso sehr offen sind, die einfach Kamera mögen. Also, das gibt es da. Das sind bei uns zwei Module. Bei uns ist es immer relativ einfach. Ein Modul geht immer zwei Monate. Und dann ist es zum Beispiel, gerade bei den Sprechern, ist das Sprechtechnik das erste Modul. Das ist sehr technisch, Atmung, Artikulation, Pausen, solche Dinge. Und im zweiten Modul arbeiten die immer mit einem Schauspieler, weil das so wichtig ist, dass man diese ganzen Emotionen in der Stimme hört. Also, da passiert wirklich auch bei uns im Unterricht das, was du, wenn du mal zum Beispiel bei den Mediaparten auf der Seite guckst, die haben ganz viel Instagram, wo die ganzen Synchronsprecher, man sie sieht auch als Video. Die sind in Aktion, die spielen das. Wenn der, weiß ich auch jetzt nicht, der kleine Bär da lang trottet oder sowas. Das muss ich im Körper machen, damit ich es wirklich gut hören kann. Also, das ist mal so die eine Sparte. Und dann haben wir Event-Moderation, TV-Moderation und Radio-Moderation. Und da ist es genauso mit dem Unterschied, dass die TV-Moderatoren noch ein Modul mehr haben. Die sind ein halbes Jahr bei uns, weil wir eben aus jeder Sparte auch Trainer haben. Also, wenn du jetzt sagst, ich will Sport-Moderation machen, dann gehst du zu Christa Haas, früher beim ZDF. Oder du willst zum Beispiel Nachrichten machen, dann gehst du zum Roland. Solche Dinge. Also, da haben wir einfach noch eine Sparte, wenn jemand entschieden ist, ich will die und die Sendung hauptsächlich machen, dass wir den da gezielt vorbereiten. Und dann heißt es für die, bewerben, bewerben, bewerben und den Fuß reinkriegen. Und weil du fragst, welche Menschen das sind. Also, gerade bei den TV-Moderatorinnen und Moderatoren, die sind recht jung, weil die oft noch und auch schon im Volontariat sind. Das ist super. Viele nutzen unsere Ausbildung, weil sie entweder aufs Volontariat warten oder es schon haben und dann vor den ersten Jobs das machen. Weil man muss einfach wissen, ein Journalismusstudium ist so, dass Moderation, ich würde es jetzt mal wie ein Nebenfach ist, nennen. Da gibt es einfach so viele andere Sparten. Da gibt es dann immer mal ein Training, Reportage, vielleicht für eine Woche oder so. Oder, jetzt hat es wieder den Daumen angezeigt. Super. Ja, ja. Oder, ja, oder dann haben die was anderes. Weiß ich auch nicht, Interviewtraining oder so. Aber das ist meistens sehr kompakt und nicht so wie bei uns, dass man das über so einen längeren Zeitraum macht. Weil auch da, es ist was Neues, was du lernst, was du üben musst, wirklich in Präsenz, beziehungsweise mit auch jemandem, der dein Mentor ist. Also ich meine, du kannst auch Mikrofon sprechen, natürlich gerne zu Hause üben, nur wenn dir keiner Feedback gibt, dass du ständig eine komische Melodie hast und dir so keiner zuhört, dann hilft es halt nichts. Also das ist, glaube ich, das, was die Leute auch bei uns schätzen. Das ist sehr individuelles. Die meisten Trainings sind eins zu eins. Und deswegen begleiten natürlich die Trainer die sehr persönlich. Gibt es das auch schon mal, dass ihr Menschen ablehnt, weil ihr sagt, du bitte nicht? Selten, aber hatten wir auch schon. Also gerade bei Sprechern, also wenn, ich sage jetzt auch mal tatsächlich, leider bei Frauen, wenn die sehr hoch sind und musst einen Stimmsitz lernen. Ja, also meistens kriegt man das hin, weil das ist einfach eine Technik, die man lernen darf. Aber wenn es nach zwei Monaten, nach dem Grundmodul immer noch irgendwie da oben rum piepst und immer noch in der Kopfstimme hängt, also dann weiß ich entweder, die hat nicht wirklich viel geübt, weil wir üben ja hier schon auch viel. Ja, wenn die aber unter der Woche gar nichts machen, dann werden die in der Zeit, wie die Ausbildung strukturiert ist, nicht dahin kommen. Aber wie gesagt, das hatte ich jetzt seit meiner Leitung erst zweimal. Ja. Und manchmal merkt man den Unterschied ganz, ganz deutlich, was ein Stimmtraining ausmacht. Also ich persönlich habe das wahrgenommen bei einer bekannten Politikerin aus der Regierungsmannschaft. Und als ich die zu Anfang gehört habe, habe ich gedacht, das passt nicht. Inzwischen müssen aber so viele Trainings gelaufen sein. Das ist dann toll, wunderbar. Da hat sich vieles getan. Das kann man, also gerade Stimmbildung ist etwas, da muss man nicht die Hoffnung ausgeben, wenn natürlich jemand mit einer Fistelstimme kommt, dann wird es schwierig, da was zu tun, oder? Aber auch das funktioniert. Und das Schöne ist, dass gerade, also ich hatte da zwei ganz tolle Beispiele, die sich ganz toll entwickelt haben und die auch sagen, also auch wirklich persönlich, mir geht es so viel besser. Ich werde jetzt anders ernst genommen. Die haben ja meistens, also wenn die Sprecher ihre Ausbildung machen, die haben meistens noch einen normalen Job am Anfang und dann macht man das parallel, sag ich mal, sein zweites Standbein und kann dann irgendwann aussteigen. Und die hat gesagt, in ihrem normalen Job wurde sie so anders wahrgenommen, seitdem ihre Stimme besser sitzt, seitdem die Stimme voller ist, seitdem sie auch lauter reden kann und dann nicht ins Piepsen rutscht. Das ist so ein riesen Erfolgsbooster einfach auch für deine Persönlichkeit. Und ich glaube, da sind sich viele bei uns oft nicht bewusst, dass sie einfach nicht nur Stimmtraining kaufen. Also sie kaufen aber. Über 80 Menschen zu Moderatoren ausgebildet, das finde ich schon beachtlich, das ist schon eine ganze Menge. Wenn du vielleicht mal so... Und mein tolles Trainerteam, also ich alleine schaffe das nicht. Ach, na klar. Ohne die würde das, glaube ich, nicht klappen, dass wir so eine Zahl schaffen. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn du vielleicht mal so, so eine Zusammenfassung, jetzt gibt es Menschen, die sagen, oh, das möchte ich auch, ich will dahin, was sind die ersten Schritte? Was würdest du den Menschen raten, die sagen, ja, ich weiß nicht, ich habe eine ganze Ausbildung, aber Moderation, da möchte ich was tun und machen. Welche Tipps würdest du diesen Menschen geben? Worauf ist das? Welche Tipps ich denen geben würde? Also ich habe ja schon ein paar jetzt eben auch einfach genannt. Es geht natürlich immer darum, wirklich gute Anmoderationen zu schreiben und die abwechslungsreich zu schreiben. Und das ist nicht nur für Moderatoren wichtig. Wir haben ja auch viele, ich sage mal, Führungskräfte, Businessmenschen oder Ausbilder hatte ich jetzt auch vor kurzem schon mal, die einfach mit ihren Azubis oder mit den Menschen, die bei ihnen sind, einfach besser reden wollen und denen das auch wieder weitergeben wollen. Also der Mensch, der da vorne steht, der ist einfach da und der macht einen ersten Eindruck. Und wenn ich mit diesen Menschen zwei Jahre verbringen darf, in einer Ausbildung zum Beispiel, sollte der halt einfach auch einen guten ersten Eindruck machen. Deswegen haben wir einfach auch ein paar Angebote für Menschen, die von TV-Moderatoren und Event-Moderatoren lernen wollen, die aber keine ganze Ausbildung brauchen. Also es gibt immer wieder auch Leute, die im Business-Kontext immer wieder von ihren Vorgesetzten eigentlich ins kalte Wasser geschmissen werden und sagen, du bist so offen und du sprichst so gut, kannst du nicht auch moderieren. Und die fühlen sich dann aber teilweise manchmal gar nicht wohl, weil die keine Technik an der Hand haben. Und solche Leute kommen auch zu uns. Dafür haben wir die Masterclass-Moderation immer im Winter und im Sommer. Und da können Leute einfach wirklich die Essenz der TV-Moderation an einem Tag und die Essenz von Bühnen-Moderation oder zumindest den Unterschied auch zu verstehen. Was mache ich denn, hier in dieses kleine Loch hier reinzusprechen? Ist was anderes? Da darf ich mich auch nicht so viel bewegen, wie auf der Bühne darf ich den Raum einnehmen. Ja, das ist was ganz anderes. Und da muss ich auch mit dem Publikum natürlich erst mal ein Gefühl aufbauen. Und das muss ich hier durch die Kamera, durch mehrere Linsen, bis ich dann im Wohnzimmer der Zuschauer bin. Das ist dann eine ganz andere Technik. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, das freie Sprechen zu lernen. Das freie Sprechen will sagen, ich erlebe hier einige auch auf Fernsehmoderatoren, die diese Moderatoren-Karten knicken und machen und tun und damit rumhantieren und vor allen Dingen so oft drauf gucken, dass ich denke, naja, also du kannst es auch ganz ablesen, wenn du nicht in der Lage bist, auf das Publikum zuzugehen, sondern die ganze Zeit auf die Moderationskarten. Schaust du, gibt es da Techniken, das zu lernen? Ja, klar. Na klar, also das machen wir hier auch, weil es gibt sowas, das nennt sich Cold Reading, dass du wirklich erst guckst und dann sprichst und nicht gleichzeitig liest und guckst, weil dann klebst du ja da so dran. Das wollen wir auf jeden Fall nicht. Und natürlich gibt es auch, wenn es mit Kamera zu tun hat, Teleprompter lesen. Und auch das muss man lernen. Da denken viele Leute, ach ja, das ist eine super Technik, muss ich ja mir gar nichts aufschreiben, muss ich nie üben, es läuft ja da. Das ist Quatsch, weil dann haben die Leute meistens so offene Augen oder so gestalten. Ein Trainer von uns sagt immer wie ein erschockenes Kaninchen. Das geht nicht, ja, weil wir haben, ich will ja so lesen, beziehungsweise lesen tust du auch nicht, sondern du sollst ja den Text so präsentieren oder sprechen, freisprechen, als wäre da kein Text. Also ich darf normal, lebendig und authentisch und persönlich sein, wie als wenn ich frei reden würde. Und das darf man üben. Ich erinnere mich an ein ganz abschreckendes Beispiel. Zu Zeiten des Dieselskandals hat Hans-Martin Winterkorn ein Statement abgegeben. Das heißt, das hat er vom Teleprompter abgelesen und hat gesagt, das Unternehmen entschuldigt sich dafür. Und das war so fürchterlich, erst mal, weil die Augen immer mitgingen mit dem Teleprompter. Der hat das echt geübt. Und das war so unglaubwürdig, dass jeder gesagt hat, das hättest du doch lieber gar nicht machen sollen. Ich glaube, da hast du recht. Man muss auch das üben beim Teleprompter. Wir sehen es ja, in jeder Nachrichtensendung gibt es einen Teleprompter. Aber die haben natürlich auch noch Moderationskarten vor sich, um sicherlich im Falle des Falles da mal raufschauen zu können und sagen, okay, da vorne ist das Bild weg. Jetzt muss ich doch mal ein bisschen freier sprechen. Und nicht nur im Falle des Falles. Du kannst ja auch Moderationen also so auch üben oder welche, die jeden Tag da vor der Kamera stehen, die müssen es auch nicht mehr groß üben, aber die wissen, dass es einen Wechsel geben darf zwischen dem, was da auf dem Teleprompter läuft und dem, was ich hier habe und dass ich einfach auch mal wechsle und da auch mal drauf schaue, wenn es jetzt um einen Namen geht oder wie auch immer. Und das ist völlig legitim. Und es darf auch mal sehr locker sein. Natürlich Nachrichtensendungen, also wenn sie ARD, ZDF, dann sind sie auch sehr förmlich. Aber gucke ich die RTL News, dann ist da Lachen dabei, dann interagieren die miteinander. Und ich glaube, das finde ich auch ganz wichtig und gut, um die Zuschauer zu gewinnen bei so einer Moderation. Allerdings. Sehr gut zusammengefasst. Das waren tolle Tipps, die du uns gegeben hast. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Nochmal zum Abschluss, was sind so deine Zukunftsprojekte? Du hast ja so viel schon gemacht. Gibt es etwas, wo du sagst, ja, also das würde ich auch gerne noch machen. Und das steht bei mir auf der Agenda, auf der Löffelliste sozusagen drauf. Jetzt in Bezug auf Moderation? Ja, nicht nur auf Moderation, sondern auf deine persönliche Entwicklung. Da gibt es, glaube ich, ganz viele Sachen, die sich auch immer mit Partnerschaften kreieren lassen. Also ich finde, ganz tolle Projekte gibt es einfach bei der GSA. Da freue ich mich immer, euch alle zu sehen. Daher kennen wir uns ja auch, die German Speaker Association. Da hat ja gerade eine Dame ganz toll ein Projekt vorgestellt, wie man mit Schülern frei reden lernen kann und damit die einfach Mut, Klarheit und Selbstvertrauen kriegen. Das habe ich auch in meiner Lehrerzeit tatsächlich in Baden-Württemberg ganz viel gemacht. Ich habe da auch noch ein anderes Konzept, was wahnsinnig gut gelaufen ist mit Schülern. Also ich finde, immer dieses Zurückgeben ist auf jeden Fall ein Teil meiner Arbeit, weil ich immer gerne Freude teile. Die wird ja größer, wenn man sie teilt. Also von daher finde ich immer diesen Unterrichtsaspekt immer toll. Wenn du mich jetzt nach großen Sachen fragst, also ich würde immer mehr gerne ein Teil bei Cirque du Soleil sein. Das war immer ein Kindheitstraum von mir. Würde immer jemand sagen, hier, kannst du mal unseren Fünf-Bälle-Jongleur austauschen? Würde ich jetzt nicht Nein sagen. Oder was Großes einfach zu moderieren. Also Gott sei Dank habe ich ja die Chancen schon zweimal gehabt und habe sie auch wieder bei Greater zu moderieren. Das sind einfach große Bühnen, die machen Spaß. Was würde ich denn noch gerne mal moderieren? Lass mich mal überlegen. Habe ich mir gerade gar nicht für die riesige Daten gemacht. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Liebe Julia, wir haben mitbekommen, wer das Moderieren lernen will, wer diese Technik für sich erarbeiten möchte, der wendet sich an dich. Julia Schmitz an die Moderatoren-Schule und da werden sie geholfen, wie eine bekannte Moderatorin mal gesagt hat. Ja, genau. Da darfst du lernen, wie man lebendig kommuniziert. Und die ganze Moderatoren-Schule heißt Logo-Institut. Das ist der Name, den damals meine Vorgängerin eben gegeben hat und den haben wir auch beibehalten. Und der bin ich einfach auch sehr dankbar, was sie hier kreiert hat und dass wir hier das Erbe übernehmen durften und einfach vielen Menschen auch das Lampenfieber nehmen dürfen. Das ist wirklich für viele auch ein Riesending. Und wir freuen uns da immer, wenn die Menschen sich aufrichten, wenn sie anfangen zu strahlen und ihr Licht sozusagen in die Welt bringen beziehungsweise auch anderen eine Stimme geben, die das eben nicht selber so gut können. Liebe Julia, herzlichen Dank. Du strahlst auf der Bühne nicht nur durch Jonglage, sondern durch deine Persönlichkeit. Und da kann man viel von dir lernen. Ich danke dir sehr für diesen Talk. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Tschüss. granting